Als unsere ersten beide Gäste haben wir zwei Brüder. Der eine ist CEO, der andere ist Mitglied der Geschäftsleitung als Leiter Innovation und Produktion. Die Firma, für die Sie arbeiten, hat über 800 Angestellte. Zwei Produktionsstandorte haben Sie in der Schweiz, einen Produktionsstandort in Deutschland und betreiben in über 60 Ländern verschiedene Shops und Geschäfte, die Firma, für die Sie arbeiten. So weit, so unspektakulär, da fallen einem ein paar Firmen ein, die ähnliche Eckdaten haben. Aber Sie, geschätzte Gäste, wären ja nicht am Wirtschaftswunder 2018, wenn es das schon gewesen wäre. Der CEO ist 32 Jahre alt, 800 Mitarbeiter. Der Leiter Innovation und Produktion ist 30 Jahre alt. Der CEO führt eine Firma, die zu 100 Prozent im Besitz der Familie ist. Der Leiter Innovation und Produktion ist Weltmeister. Sie sind die führenden Köpfe der Chocolate Family. Sie heißen Laderach, Johannes und Elias Laderach. Johannes hat den CEO-Posten dieses Jahr im März von seinem Vater Jürg Laderach übernommen. Der hat das Amt seinerseits 1994 von seinem Vater Jürg Laderach übernommen, pardon, von seinem Vater Rudolf übernommen, der den Betrieb schon 1962 in Glarus gegründet hat. Schokolade ist bei den Laderachs Family Business. Kein Wunder also hat sich der Chef-Schokoladenzauberer Elias am diesjährigen World's Chocolate Masters in Paris bei einem Pressepreis und in vier von sieben Kategorien gegen die 19 besten Schokoladiers der Welt durchgesetzt und hat den Weltmeistertitel heimgebracht. Der erste Schweizer, man höre und staune, der erste Schweizer überhaupt, dem das gelungen ist. Schokolade ist bei den Laderachs Family Business. Kein Wunder also ist der ältere Bruder, Johannes, 18 Jahre jünger als der statistische Schweizer Durchschnitts-CEO. Begrüßen Sie mit mir, meine Damen und Herren, Johannes und Elias Laderach, willkommen. Also diese erste Frage, die muss ich jetzt einfach loswerden. Wer von Ihnen beiden isst mehr Schokolade? Das ist der Elias, ich glaube ja. Wieso sagt er das nicht selber? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich stehe einfach mehr um die Schokolade rum. Ich muss natürlich immer probieren während dem Arbeiten, das ist immer eine gute Ausrede und darum bin ich näher an der Schokolade als er. Was für ein wunderbares Müssen. Wer wiegt denn mehr von Ihnen beiden? Das ist er, aber nur wegen der Größe. Sie haben sich richtig... Gewichtiger ist Elias. Er ist Weltmeister, ich bin seine Begleitung. Der CEO als Begleitung. Gut, jetzt haben wir das schon mal geklärt, bevor wir jetzt weitermachen mit dem Interview. Ein kleiner Einspieler. Was ein CEO macht den ganzen Tag, das wissen die meisten von uns, Bleistiftespitzen und den armen Menschen im Vorzimmer mit Terminänderungen quälen, aber was macht ein Chocolatier Weltmeister? Wir haben einen kleinen Einspieler mit einem kleinen Einblick in seinen Triumph in Paris, wo er eben Weltmeister geworden ist. Das wollen wir mal anschauen. 2 3 4 5 5 5 5 6 6 Du bist der Usain Bolt von Chocolat. Du bist super-focussed, super-technical, mit extremem Precision und Dedication. Du bist der Zettung auf Detail ist zweitlich. Überall, fantastisch, clean, sharp, mit einer perfekte Performance. Ein Weltchocolat-Master 2018 ist Elias von Switzerland. So richtig entspannt haben Sie erst... Bitte sehr! Hochverdienter Applaus. So richtig entspannt haben Sie erst gegen Schluss ausgeschaut, Elias. Könnten Sie sich... Ich knüpfe da an den Stephan Angelata an. Könnten Sie sich vorstellen, so einen Wettkampf, sagen wir mal mit 50 oder 60, noch mal zu machen? Oder schafft man das nur in Ihrem jugendlichen Alter? Der Teilnehmer, der von Japan mitgemacht hat, der war 48 Jahre alt. Ein alter Sack, genau, ja. Habe ich nicht gesagt, aber man kann das bestimmt noch in diesem Alter machen. Da hat man mehr Erfahrung, man mag vielleicht etwas weniger rennen, weil die Zeit ist ein sehr forderndes Kriterium an diesem Wettbewerb. Ich bin froh, habe ich es mit 30 gemacht. Es ist schon anstrengend. Auf den ersten Blick ist die Aufgabenteilung bei Ihnen ja beiden richtig schön klassisch. Der eine studiert an der HSG Wirtschaft, der andere macht erstmal eine Lehre als Conditor-Confiseur, der eine wird CEO, der andere Leiter Innovation und Produktion. Aber der andere, also Sie, Elias, der hat ja vor zwei Jahren sein berufsbegleitendes Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen. Muss ich der Johannes jetzt warm anziehen? Nein, muss er nicht. Weil ich sage immer, ich liebe es, wenn ich meine Finger in der Schokolade haben kann beim Arbeiten. Ich versuche so viel wie möglich im Atelier zu stehen und eben da zu arbeiten. Ich sage immer, ich habe versucht, das Wirtschaftsstudium so als Allgemeinbildung dazu zu machen. Aber da gibt es doch Spannende. Kann man das hier sagen am Wirtschaftswunder? Nein, wir sagen es nicht. Das ist spannenderes Gäbte. Als ich mich in die Chocolate Family, wie das ja offenbar das Management des Unternehmens nennt, das haben Sie sich gar nicht selber gegeben, dieses Attribut. Das ist ja eigentlich ein Kompliment. Wir haben uns sehr gefreut damals. Es ging darum, wie beschreiben wir die Kultur bei uns und alles, was wir tun. Und da kam das Management mit dem Begriff Chocolate Family. Das hat uns sehr gefreut, weil genauso wollen wir miteinander arbeiten, wie in einer großen Familie, wo man sich eben ergänzt, statt dass man sich konkurrenziert. Ich glaube, jeder ist unterschiedlich begabt und das sollte man feiern, statt versuchen, das auszuradieren und sich ergänzen. So soll unsere Kultur sein. Und so ist eigentlich auch im großen Sinne unser Geschäftsmodell. Also wir wollen von den Kakaobauern, die wir möglichst persönlich kennen und bezahlen, über die Mitarbeiter in der Produktion, über unsere Verkäuferinnen und Partner, bis zu den Kundinnen und Kunden alle einschließen in diese Chocolate Family und die Freude, die aus der Schokolade kommt, mit ihnen teilen. Als ich mich in, jetzt nenne ich es mal, die engere Chocolate Family eingelesen habe, da habe ich irgendwann einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, die sind wahnsinnig fleißig. Sind Sie das? Ich glaube nicht. Ich glaube, mein Vater hatte die große Gabe, sich immer mit Leuten zu umgeben, die ihn ergänzt haben und die in den verschiedenen Bereichen besser waren als er. Ich habe das bei ihm beobachtet und bewundert, als er 2004 die Merkur-Filialen übernommen hat, wurden wir ja plötzlich Retailer und eine Konsumentenmarke. Und beides war neu, nachdem wir vorher 40 Jahre nur B2B gemacht hatten. Und er hat das nicht alleine versucht, sondern er hat Spezialisten aus dem Handel geholt, er hat Spezialisten von Konsumentenmarkenartikeln geholt und das habe ich bei ihm abgeschaut. Und ich glaube, je mehr man sich ergänzt, desto entspannter kann man selber durchs Leben gehen und desto strategischer kann man selber tätig sein. Dann fühlen Sie, Elias, sich genau richtig da, wo Sie sind, wie Sie es gesagt haben. Der Johannes, der soll lieber CEO bleiben. Sie werfen lieber mit Schokolade um sich. Es ist genauso, wirklich. Also ich glaube, auch nur schon zwischen uns zwei, es ist eine perfekte Ergänzung. Und ich möchte nicht seinen Job, er will wahrscheinlich nicht meinen. Das ist wunderbar so, eben diese Ergänzung gegenseitig. Aber Sie kommen ja mehr zum Schokolade probieren und haben die bessere Ausrede. Johannes ist einer der beiden Brüder. Es gibt ja noch einen Jüngsten, den David. Der wäre beinahe ausgeschert und wollte Wildhüter werden. Jetzt studiert er, glaube ich, oder hat studiert, Betriebswirtschaftslehre. Wer hat ihn denn auf den Pfad der Tugend zurückgeführt? Also der Schuldige sitzt im Raum und ist mein Bruder. Mein Vater hat es uns wirklich auf vorbildliche Art und Weise freigelassen, was wir werden wollen. Hat immer nur vorgelebt, wie viel Spaß es machen kann, Unternehmer zu sein. Viel am Familientisch darüber gesprochen, uns mitgenommen ins Geschäft, auf Reisen. Hat aber immer nur vom Positiven berichtet, aber das hat er gut gemacht. Nur einmal hat er interveniert und das war, als Elias sagte, ich möchte Wildhüter im Glarnerland werden. Und da hat er gesagt, du, ich glaube, das ist nicht das Richtige. Und nach Paris, nach dem Erfolg von einem Monat, habe ich mich daran erinnert und gesagt, was wäre, wenn er jetzt durch die Wälder des Glarnerlands streifen würde. Naja, die Schweiz würde immer noch auf den Weltmeister im Schokolade-Konfisserie und Konfekt machen warten und wahrscheinlich noch viele, viele Jahre. Was war denn der Punkt, wo der junge Elias Lederach gesagt hat, okay, gut, ich schminke mir das ab mit der Wildhüterei. Unser Großvater hat uns schon sehr früh mit einbezogen. Also ich weiß noch, als wir, ich weiß nicht, wie alt wir waren, wahrscheinlich sechs, sieben Jahre alt, durften wir mit ihm Osterhasen gießen oder dann hat er mit uns mal diese Biberkonfekt gemacht. Das erinnere ich mich auch noch gut. Und das weckt halt einfach die Freude am Beruf. Also Schokolade gegessen habe ich schon immer gerne. Von dem her war es auch irgendwo naheliegend. Und es wurde eben irgendwie schön und adjektiv vorgelebt, dieses Geschäftsleben auch von unseren Eltern und Großeltern. Aber er hat dich auch früh in die Berge mitgenommen und da wohl auch die Leidenschaft für die Natur geweckt. Vielleicht hat also der Großvater den Wildhüter in meinen Kopf gesetzt. Das könnte sein. Unbeabsichtbar. Aber es ist alles Family Business. Ja, also man muss betonen, dass wir ohne die Mitarbeiterinnen und Manager nie da wären, wo wir sind. Aber wir möchten als Familie, solange es möglich ist, auch uns operativ einbringen. Und ich habe das unterschätzt am Anfang meiner Karriere bei Lederach, wie die Mitarbeiter das geschätzt haben. Da kommt man und ich war auch fünf Jahre in Deutschland in der Niederlassung tätig. Ich bin da angekommen. Da war so ein Wohlwollen, so eine Freude. Und ich konnte das nur so erklären, dass die Mitarbeiter es schätzen, wenn die Familie eben das Geschäft nicht nur als Financial Asset sehen, sondern als Lebensaufgabe, als Lebensinhalt. Und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, die schätzen wir sehr, aber ohne sie wären wir gar nirgends. Wären sie gar nirgends. Aber die Frauen, die durften Sie sich selber aussuchen. Sind beide verheiratet? Drei Kinder, zwei Kinder? Da blieb dann die Familie, hoffe ich mal, außen vor. Die durften wir selber aussuchen. Wir wohnen auch nicht mehr bei unseren Eltern, wie im Einspieler. Naja, bisher sind Sie auch sehr kommunikativ. Das mit dem Kommunikationsverlust, glaube ich, haben wir jetzt schon widerlegt. Genau. Nein, also wir genießen eine große Eigenständigkeit. Auch der Vater, seit er uns die operative Verantwortung übergeben hat, hält sich vorbildlich raus. Ich staune wirklich und hoffe, dass ich das auch mal so gut kann. Gleichzeitig versuchen wir als Junge, ihn aber einzubeziehen, weil wir wissen, wo seine Leidenschaften, wo seine Begabungen sind. Und wenn es ein großes Bauprojekt gibt, wir arbeiten gerade an einer großen Innovation wieder für nächstes Jahr, dann versuchen wir ihm punktuell Projekte zu geben, die eben über sein Verwaltungsratspräsidium hinausgehen. Sie haben ja jetzt gerade ein wunderbares Stichwort gegeben. Und zwar haben Sie sogar eine Frage gestellt oder eine Hoffnung geäußert. Ich hoffe, dass ich das dann auch mal so kann. Ihr Vater Jürg hat die Geschäftsführung des Familienunternehmens mit 34 Jahren übernommen. Sie mit 32, Sie haben drei Kinder, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und der Trend so weitergeht, wird Ihr ältestes Kind, jetzt gerade mal sieben Jahre alt, stimmt das? Sie nicken weiter, sehr schön. Sich in schon 23 Jahren auf Ihren Chefsessel setzen. Kannst du dich vorbereiten? Also es ist ja ein bisschen komplizierter, weil ja wir mehrere Generationen sind, werden wir sehen, wo und in welchem Stamm es weitergeht. Aber dieser Gedanke tut mir sehr gut. Ich habe mich tatsächlich erinnert, jetzt als mein Vater mir oder uns übergeben hat, an 1994. Ich kann mich erinnern an die Feier. Da hatte ich wohl eines der ersten Male Anzug an. Wir Kinder haben da, glaube ich, noch was gesungen für den Großvater. Es war eine schöne Feier im Glarnerhof und ich habe mir überlegt, Mensch, so kurz war die aktive, operative Karriere meines Vaters. Und das tut gut, das zu wissen, weil dadurch man nicht nur auf die geschäftliche Karriere setzt. Man setzt auf das Familienleben mehr, man setzt auf andere Dinge außerhalb des Geschäfts. Und ich glaube, dadurch kann ich auch jetzt schon ein besserer CEO sein, weil ich eben nicht nur das Geschäft habe und suche, sondern schon wieder an die nächste Generation denke. Aber das ist schon erstaunlich. Also ich glaube, die Wirklichkeit oder was man so gemeinhin erlebt ist, dass wenn die Leute dann mal in den Anzug gestiegen sind, dass die nicht mehr von der Macht lassen. Bei Lederachs ist das anders. Und ich glaube, es hat eben damit zu tun, wie man die Macht schon ausfüllt. Wenn man sich definiert über die Macht und nur über das Unternehmen, dann wird es einem viel schwerer fallen, loszulassen. Und ich sage auch, man wird die Zeit als Unternehmer weniger genießen können, weil man sich solch einen Druck macht, solch einen Stress macht, die Familie vernachlässigt. Und gegen all das versuche ich anzukämpfen, um mich eben anders zu organisieren. Es ist ja nicht nur Macht, es ist ja vor allem Verantwortung. Sind Sie froh, dass das, was auf den Schultern Ihres Bruders lastet, 800 Angestellte, 60 Geschäfte in aller Herren Länder, Expansion ist weiter geplant, kommen wir vielleicht noch drauf, dass all das nicht ganz so schwer auf Ihren Schultern lastet? Ich bin sehr froh, dass es ein Miteinander ist. Weil es war auch jetzt mit der Übergabe, oder man sagt jetzt, und das hat man auch so kommuniziert und gemacht, seit Frühling dieses Jahr haben die Jungen übernommen. In Wirklichkeit war das schon viel früher. Also es hat schon viel früher angefangen. Es hat schon angefangen, als wir als Teenager Themen am Tisch besprochen haben. Also die Eltern haben uns sehr früh mit einbezogen. Das heißt, man war eben schon früh Teil davon. Und das ist weitergegangen. Und klar ist irgendwann der Schritt und man sagt, jetzt ist die Übergabe, aber auch jetzt, wir fragen den Vater, hilf uns noch, was denkst du dazu, was meinst du hiervon? Und ich glaube, durch das ist es wirklich ein Miteinander und es ist eben auch eine Verteilung von dieser Verantwortung. Und dann macht es auch Spaß. Dann hat keiner von Ihnen gedacht, als Sie, das war ja gerade eben erst, vor einem guten halben Jahr, dass Sie CEO geworden sind, übernommen haben. Und auch Ihre Position ist, da sind Sie noch nicht so lange drauf in der Geschäftsleitung. Dann haben Sie beide nie das Gefühl gehabt, Mensch, eigentlich bin ich zu jung für den Job, traue ich mir das wirklich zu? Kennen Lederachs Selbstzweifel? Das kommt schon vor. Ich hatte vorher, als ich fünf Jahre in Deutschland war, hatte ich während knapp vier Jahren dort die Geschäftsführerfunktion inne. Und dort war viel zu reorganisieren, neu aufzustellen, schwierige Entscheidungen, aber in einem kleineren Rahmen. Wir waren so 120 Leute dort. Und das hat mich sehr geprägt und das war eine gute Vorbereitung. Es waren oft harte Zeiten. Und da hat man durchaus Selbstzweifel und kann man das? Und dann weiß ich noch, ich habe einmal telefoniert, aus Deutschland heraus, ich weiß nicht mehr, mit meinem Vater oder mit meiner Mutter, ich glaube, es war meine Mutter, und da hat sie mir gesagt, weißt du, der oberste Chef ist ja immer noch dein Vater, ihr macht das gemeinsam. Und dieser Satz, ich glaube, ich werde den nie vergessen, das hat mir so geholfen, nicht die ganze Familie schaut auf dich, ob du jetzt in Deutschland revisierst oder scheiterst, sondern danke, dass du für uns in Deutschland diese Arbeit tust, aber wir machen es als große Familie gemeinsam. Und durch solche Erlebnisse habe ich den Mut gehabt, Ja zu sagen zu meiner Rolle, mit all seinen Vor- und Nachteilen, Ja zu sagen zu meinem Alter, kann ich nicht ändern, es wird von Tag zu Tag besser, aber ich kann es nicht ändern. Besser? Aber es ist, nein, also Spaß beiseite, es ist gut, wie es ist, ich habe, irgendwann musste ich Ja sagen zu meinem Leben und das hat gut getan. Und dann hilft es, dass man weiß, es ist ein Miteinander, mit der Kernfamilie, aber auch mit der erweiterten Chocolate Family. Also kein nachts wachliegen und mal denken, Mensch, 800 Leute und Familien von den 800 Leuten und, und, und. Auch das gibt es, also natürlich gibt es, gibt es auch Sorgen und Überlegungen, aber wir sind zuversichtlich, dadurch, dass wir das in der Familie teilen dürfen und wir schämen uns auch nicht zu sagen, dass wir viel Zuversicht auch aus dem Glauben nehmen. Ich glaube, wir wären auch nicht so entspannt, wenn wir nicht wüssten, mein Vater hat mir mal gesagt, nie alleine tragen und er meinte das nicht nur für die Familie, sondern auch für den Glauben und es entspannt uns zu wissen, dass wir nicht selber tragen müssen, sondern der, der uns auf diese Erde gestellt hat, auch mitträgt. Ihr Vater hat ja, glaube ich, Verwaltungsratssitzungen immer mit einem Bibelspruch angefangen, weil Sie das Thema Glauben ansprechen. Machen Sie das auch noch? Zuweilen ja. Also es ist mir wichtig, dass ich nicht eine Gesetzlichkeit daraus mache, aber wenn mich etwas prägt oder eine Tageslosung oder was ich gelesen habe, dann finde ich, soll man das in aller Natürlichkeit auch ansprechen dürfen, auch in der Geschäftsleitung. Sie nicken, Elias, von wegen Wachliegen, bevor es losging in Paris. Sie wussten, Sie sind jetzt einer von den 20 besten Chocolatiers weltweit. Ich nehme mal an, da gibt es Vorausscheidungen, da muss man erst mal hinkommen nach diesem Paris. Sind Sie da, wachgelegen und haben vielleicht auch ein Zwiegespräch mit jemandem gesprochen, der nicht so richtig im Raum, im Schlafzimmer, im Hotelzimmer fassbar war? Natürlich, das gab es vor dem Wettbewerb, während dem Wettbewerb ganz oft. Aber etwas, was ich neben dem Schokoladeessen gut kann, ist schlafen und das hilft mir gerade auch vor dem Wettbewerb. Also ich habe nach dem Wettbewerb schlechter geschlafen, um das zu verdauen als vorher. Ich habe seine Frau angeschrieben, als die in Paris mitgefiebert hatte, ich konnte erst am Freitag nachreisen, am dritten Tag, wie geht es ihm, schläft er? Und sie hat gesagt, das Schlafen ist nicht das Problem, das Essen ist das Problem. Sie musste ihn immer ermutigen, isst doch was, isst doch was. Aber Schlafen und Schokolade, vielleicht müsste man mal eine Studie in Auftrag geben. Das wäre vielleicht ein weiteres Geschäftsfeld. Schlafen und Schokolade. Danke. Im Samstagsgespräch, Johannes, mit dem Vaterland haben Sie, das war ein Interview, das der Stefan Anjolatza mit Ihnen geführt hat, auf die Frage gesagt, ob man manchmal als so junger CEO nicht so ganz ernst genommen wird, haben Sie geantwortet, es wird von Tag zu Tag weniger schlimm. Wie schlimm ist es denn gerade so im Moment? Nein, das ist natürlich ein Spaß. Es ist aber so, meistens ist man sehr jung und manchmal macht das die, die gegenüber sind, ein bisschen unsicher. Selber konnte ich das ablegen, eben in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile, dass das so ist, aber ich sage ja dazu und es hat durchaus auch viele Vorteile. Beschreiben Sie mal ein, zwei. Ich glaube, wie es in der Anmoderation sehr gut erwähnt worden ist oder in der Einleitung, wir Jungen, wir haben weniger zu verlieren, wir sind tendenziell mutiger, wir sind, wir haben vielleicht einen größeren inneren Antrieb, Dinge zu tun, Dinge in Frage zu stellen, Dinge zu verändern und ich glaube, das sind große, große Vorteile, wenn man auch die Kehrseite davon kennt. Also ich rate uns Jungen allen zu wissen, dass jeder Vorteil einen Nachteil hat und sich mit dem auseinanderzusetzen, hilft sehr, weil plötzlich geht man von selbst auf die ältere Generation zu und sagt, ich habe diese und diese und diese und diese und diese Idee, wie kommt denn das bei dir an? Und plötzlich entsteht ein Dialog, wo es eben nicht alt gegen jung, sondern alt mit jung ist und wir landen wieder bei diesem Ergänzen statt Ersetzen. Sie sind 32 Jahre alt, Sie tragen, alle Fotos, die ich von Ihnen gesehen habe, tragen Sie Anzug und Krawatte. Fühlen Sie sich wie 32? Oder sind Sie jetzt schon ins Fähren unterwegs, wo das so ein bisschen verschwimmt? Das mit der Mode ist ja interessant. Meine Theorie ist ja, dass die Jungen sich heute alt kleiden und die Alten sich jung kleiden wollen und beide versuchen so ein bisschen zu kompensieren und sich in der Mitte zu treffen. Ich habe extra keine Krawatte angezogen. Ich hoffe, Sie haben das alle bemerkt. Ich habe fast alles gegeben, um mich besonders... Quot erat demonstrandum, ja, genau. Nein, aber selbstverständlich ist man als Familienunternehmer tendenziell jünger, weil man auch tendenziell noch jünger schon beginnen darf, zu lernen, Fehler zu machen und so weiter. Also ich darf wirklich seit über 10 Jahren bei uns in der Firma mitarbeiten. Ich habe in der Produktion begonnen, dann im Controlling, im Vertrieb, in den Filialen, im Marketing schon arbeiten dürfen und überall lernt man, überall knüpft man Kontakte, überall macht man Fehler, aber ich glaube, Familienunternehmer sind einfach tendenziell jünger mit allen Vor- und Nachteilen. Das ist wohl so. Gibt es Neider, die sagen, naja gut, dass sie beide nur so jung in diese Führungsposition gekommen sind, das hat genau damit zu tun, was Sie gerade gesagt haben, das ist ein Familienunternehmen, in freier Wirtschaftswildbahn hätten Sie das beide nie geschafft. Gibt es so Leute? Ja, das wird mir nicht oft gesagt, aber ich bin mir bewusst, dass das im Raum steht. Also der sitzt auf diesem Stuhl, weil er den gleichen Namen hat, wie die Firma. Und erstens muss man mit sich klar werden und sagen, ja, ich habe ganz viele Vorteile bekommen im Leben, ich habe auch ein paar Herausforderungen, ich sage ja zu meiner Rolle und zweitens hilft es dann oft, wenn man das direkt anspricht. Und ich habe, als ich die Geschäftsführung in Deutschland übernommen habe, das war vielleicht vor sechs Jahren, habe ich am ersten Abend meine ganze Geschäftsleitung versammelt, habe sie zum Essen eingeladen und habe es direkt angesprochen, habe gesagt, hey, ich bin mir völlig bewusst, ich wäre nie in dem Alter, in dieser Funktion, wenn ich nicht aus der Familie kommen würde. Ihr seid jeder von euch in eurem Feld viel besser, viel erfahrener, aber was ich einbringen kann, ist die Verbindung zur Familie und die strategische Orientierung. Und jetzt lasst uns doch alle mit diesen Voraussetzungen zusammenarbeiten und das Beste draus machen. Und ich erlebe, dass das jeweils hilft und die Situation entspannt. Elias, der Satz ist heute schon in der Einleitung gefallen, ja, das haben wir immer so gemacht. Wie oft hören Sie den? Hört man immer wieder. Das ist ganz klar, gerade im Bereich der Innovationen. Und da gilt es wirklich immer einfach diesen, und das versuchen wir sehr aktiv zu pflegen, auch gegen innen eben diesen offenen Blick zu behalten. Also wenn wir mit neuen Sachen kommen, ist auch etwas, was uns als junge Generation gerade sehr wichtig ist, dass wir eben mit den Innovationen wirklich dranbleiben. und wir hören diese Sachen auch von innen natürlich, obwohl wir sehr dankbar sind, wie viel auch Ideen dann eben wieder von innen kommen und Vorschläge und können wir nicht das? Letztens ist eine von der Verpackung, eine Dame zu mir gekommen, mit etwas, das sie von Italien mitgebracht hat, ein Produkt und gesagt, wäre das nicht was für uns und das erleben wir oft. Aber nichtsdestotrotz, wenn Neues kommt, gibt es immer Widerstand. Oder die Gefahr, dass Widerstand kommt, ist groß. Und dass man das eben gemeinsam angeht, glaube ich, ist sehr wichtig und ein Schlüssel, gerade für diese Innovationen auch. Haben Sie den Satz von Ihrem Vater schon mal gehört? Nein, definitiv nicht. Ich würde nicht sagen. Nein. Das würde er nicht sagen? Nein. Er ist wirklich einer der, er ist ein Unternehmer, er ist schon fast unstet. Also wir mussten oft schmunzeln, auch im Urlaub. Bei ihm gab es nicht am Strand liegen, sondern was machen wir heute? Dann fährt man dorthin und dort und schaut das an. Es muss immer was laufen und das ist seine Natur und ist, glaube ich, auch gut so. Der Titel dieser Veranstaltung, der heißt ja Young Leaders, wie die U-30-Generation unsere Zukunft gestaltet. Sie sind jetzt 30 und 32, ich meine, mich haben Sie mit 50 reingelassen, die sind großzügig hier. Verstehen Sie sich als Young Leaders, die unsere Zukunft gestalten? Ich habe große Freude an diesem Konzept von Jungsein oder wie Steve Jobs sagt, stay hungry, stay wild. Ich habe ein bisschen Mühe, wenn man gewisse Generationen anderen bevorzugt, weil ich glaube sehr fest, dass es um die Haltung von Jung geht und ich glaube auch nicht, dass eine Generation besser sein kann als eine andere, weil nur in der Ergänzung wir gemeinsam vorankommen als Gesellschaft. Aber diese Haltung stay hungry, stay wild nach dem größten Erfolg, ich war letzte Woche in Middle East bei unserem Franchise-Partner, wir durften dort 50 unserer Verkäuferinnen schulen. Ich muss übrigens noch Sie korrigieren, wenn Sie erlauben. Unbedingt. Weil sonst werde ich wirklich nervös. Wir sind nie und nimmer in 60 Ländern, sondern wir haben 60 eigene Filialen in neun Ländern und das ist, ansonsten würde ich nervös werden. Und ich war eben in Middle East und wir haben dort geschult und wir haben, und ich habe Ihnen gesagt, schaut, jetzt wo wir Weltmeister sind, ist es eine große Gefahr, dass wir selbst zufrieden werden, weil die Belegschaft hat sich riesig gefreut über seinen Titel und sie führen sich alle wie 800 Weltmeister. Und ich habe gesagt, freuen wir uns darüber, aber es ist eine große Gefahr, dass wir jetzt selbst zufrieden sind und nicht mehr versuchen, jeden Tag besser zu werden. Und ich mag diesen Satz in dem Zusammenhang, morgen fangen wir wieder von vorne an. Meine Damen und Herren, ich glaube, das lassen wir jetzt so stehen, das war ja geradezu ein flammendes Plädoyer, auch für einen Generationenvertrag, wie Generationen sich vertragen können und sogar zusammenarbeiten können und das, so zumindest erlebe ich das jetzt gerade als sehr leuchtendes Beispiel bei der Familie Ladrach, dann wird eine Geschichte erfolgreich und dann wird das wahrscheinlich auch was mit Geschäften in 60 Ländern. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen ersten beiden Gästen, bei Elias Ladrach und bei Johannes Ladrach. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr Applaus. Vielen Dank.